Margarete von Anjou war die Tochter von Renatus von Anjou, dem späteren König von Neapel und Titulerkönig von Jerusalem, und von Isabella von Lothring. Sie war verheiratet mit Heinrich VI., König von England, Leben. Am 23. April 1445 wurde sie dem Vertrag von Thurs zwischen Karl VII., König von Frankreich und Heinrich VI., gemäß mit letzterem Vermehlt. 1453 gebar sie diesem einen Sohn, der Edward genannt wurde. Schön, geistvoll und unternehmend wusste sie sich bald einen großen Einfluss zu verschaffen. Sie entmachtete Humphrey, Duke of Gloucester, den Onkel ihres Mannes. Da Heinrich oft geistig umnachtet war, übernahm sie die Regierung zusammen mit dem Duke of Suffolk nach dessen Tod mit Edmund Beaufort, Duke of Somerset. 1448 gründete sie außerdem das Queen's College in Cambridge. Ab 1455 in die Rosenkriege zwischen dem Haus Lancaster, dem ihr Gemahl angehörte, und dem Haus York verwickelt, welches ihr vorwarf, dass ihr Sohn Edward untergeschoben sei, entwickelte Margarete eine außergewöhnliche Geisteskraft und beherrschte auf gleiche Weise die Politik wie das Heer. Richard Plantagenet, Duke of York und Führer des Hauses York, verlor am 30. Dezember 1460 gegen ihre Truppen in der Schlacht von Wakefield das Leben. Desgleichen überwand sie am 22. Februar 1461 Richard Neville 16, Earl of Warwick in der zweiten Schlacht von Sankt Albans. Ihre Versuche, den von Warwick auf den Thron erhobenen Sohn Richard Plantagenetz, Eduard IV, zu verdrängen und den rechtmäßigen Thronanspruch ihres Sohnes durchzusetzen, blieben jedoch erfolglos. Nach der furchtbaren Niederlage der Lancaster-Partei bei Toten floh sie über Schottland nach Frankreich zu Ludwig XI, der ihr unter der Bedingung der Auslieferung von keiner 2000 Soldaten bewilligte. Mit dieser durch englische Flüchtlinge verstärkten Armee drang sie mit ihrem Sohn Edward von Schottland aus in Nordamberland ein, musste nach dem Misserfolg dieses Vorstoßes jedoch 1463 wieder auf das Festland flüchten. Hier söhnte Ludwig XI, sie 1470 mit ihrem Todfeind Warwick aus der die Seiten gewechselt hatte. Warwick, genannt der Königsmacher, vertrieb daraufhin Eduard IV und setzte Heinrich VI. Am Tag der Schlacht von Barnet in der Warwick fiel, landete Margarete bei Weymouth in England, wurde aber in der Schlacht von Taxbury mit ihrem Anhang von Eduard IV geschlagen und fiel durch Sir William Stanley in die Hände ihres Gegners. Ihr Sohn war auf der Flucht getötet worden, ihr in Gefangenschaft der Athener Gemahl Heinrich VI, wurde am 21. Mai im Tower of London ermordet. Später wurde sie in Wallingford Kassel eingesperrt. Erst 1474 wurde sie auf Fürsprache Ludwigs XI, aus der Haft befreit, kehrte nach Frankreich zurück und starb dort. Sie liegt in der Kathedrale von Angers begraben. Rezeption Giacomo Meyer-Bär schuf die Oper Margherita D'Anjou, die am Theatro a la Scala in Mailand 1820 Uhr aufgeführt wurde. Nachkommen Mit Heinrich VI. hatte Margarete ein Kind, Eduard Prince of Wales. Er führte von Geburt an den Titel Duke of Cornwall. Edward wurde im Dezember 1470 Anne Newell verheiratet, Tochter von Richard Newell XVI, Earl of Warwick und Anne Bochemp. Ob diese Ehe vollzogen wurde ist nicht eindeutig zu klären. Vorfahren ühe Vorfahren